Das sind die Kunden von Hussmann & Partner. Die sind für ganz normale Familien und andere private Leute tätig. Für Geschäftskunden sind sie auch im Einsatz. Und die kommen zum Beispiel aus dem Gesundheitswesen, der Steuer- oder Rechtsberatung und der Hausverwaltung. Und das ist einer von Hussmann & Partner. Als Beratungsunternehmen und unabhängiger Versicherungsmakler helfen die ihren Kunden weiter rund um Vermögen, Versicherungen und Vorsorge. Und die wissen genau, was sie raussuchen müssen. Berater von Versicherungen oder Banken sind Ausschließlichkeitsvertreter. Sollte die nämlich nur Produkte von einer Versicherung oder einer Bank verkaufen. Die von Hussmann & Partner machen das anders. Als Makler müssen die neutral sein und suchen deshalb nach passenden Produkten bei ganz vielen Kreditinstituten, Fonds und Versicherungsgesellschaften. Und damit die wissen, welche Lösung zu welchem Kunden passt, hören die von Hussmann erstmal richtig zu. Danach prüfen die schon bestehende Geldanlagen und Versicherungsverträge und finden raus, ob es sinnvoll ist, diese weiterzuführen. Übrigens, Makler haften für ihre Empfehlung. Bei der Überprüfung von Kapitalanlagen auf Rendite und Risikoerwartung unterstützt Hussmann eine schlaue Software. Und das richtige Finanz- oder Versicherungsprodukt finden die über eine computergestützte Anbieteranalyse, bei der Tarife und Leistungen von ganz vielen Anbietern verglichen werden. Die Hussmänner arbeiten mit vielen schlauen Leuten zusammen. Die sind Steuerberater und Rechtsanwälte, damit sie ihren Kunden immer optimal helfen können. Und weil sie Mitglied in einer großen Genossenschaft für Versicherungsmakler sind, können sie für ihre Kunden tolle Einkaufsvorteile nutzen. Und die haben bei vielen Versicherungsgesellschaften Sonderkonditionen, von denen die Kunden profitieren. Also echt günstige Tarife und Rahmenbedingungen. Und was passiert dann? Die von Hussmann und Partner kümmern sich auch nach der Vertragsunterschrift noch weiter. Und ganz gründlich. Und wenn der Kunde später nochmal an seinen Verträgen was ändern will, dann suchen die was anderes für ihn. So lange, bis er wirklich zufrieden ist. Und weil die so viel richtig machen, ist Dr. Hussmann und Partner seit über 25 Jahren echt erfolgreich. Dafür sorgen die Top-Berater von Hussmann, die alle Finanz- und Versicherungsfachleute sind. Und deshalb haben die auch mehr als 2500 zufriedene Kunden, von denen viele schon lange von den Hussmännern und Frauen betreut werden. Dr. Hussmann und Partner Ihr unabhängiger Berater für Versicherungs- und Finanzprodukte in Göttingen. Sprechen Sie mit denen!